Heide Keller war von der ersten Folge im Jahr 1981 an bei der ZDF-Kultserie Traumschiff mit dabei. Sie verkörperte die Rolle der Chef-Hostess Beatrice über 38 Jahre hinweg. Dies sei ein Rekord, solange habe noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle verkörpert, sagte Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin und Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm, Serie 2. Als Beatrice sei Heide Keller über all die Jahre hinweg der gute Geist an Bord des Traumschiffs gewesen. Zugleich habe sie am Drehbuch mitgeschrieben und ihre Rolle weiterentwickelt. Die Schauspielerin wurde am 15. Oktober 1939 in Düsseldorf geboren. Sie absolvierte eine Schauspielausbildung und trat zunächst in verschiedenen Rollen am Theater auf, bis sie zum Fernsehen wechselte.